Level 1 vs. Level 100 Level 1 Wenn wir hier langlaufen, bilden wir tatsächlich eine kleine, wie soll ich sagen, eine kleine Rolle. Und diese Rolle können wir uns dann in den Rucksack packen. Level 100 Oh ja, oh ja, das ist auf jeden Fall ein Ticken größer. Wir können jetzt, das ist jetzt schon ein ganz anderer Schnack, den wir hier haben, Leute. Das ist wirklich sehr groß, was wir hier aufrollen.